Das ist sehr kurzsichtig. Bekannte Phänomene in unbekannten Umgebungen zu studieren, testet unser Verständnis. Bei der Frage nach der Möglichkeit von Leben auf fremden Planeten spielt das Wetter eine Schlüsselrolle. Die Erde ist ein Planet von vielen, die Sonne ein Stern von vielen. Wir leben in einem gewöhnlichen Teil der Galaxie und können viel durch die Erforschung von anderen lernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 This would allow us to travel back into the past. This would allow us to alter our destiny. It sounds kind of crazy, but it's real. It's sort of sci-fi. There they are in front of their colleagues, winning fame and glory before one and all. This isn't even history. It's pre-history. This is an excellent place to bury a dead man. Splat. When it goes good, it goes good. When it goes bad, it goes bad. Oh, look at that. And that really is the end of the world. Everything looks good. We should be able to load it up and blast it. We're going to work hard, but we've got to do it the right way. You'll need earplugs because it'll be loud. There's no room for mistakes. It can kill you. Just hit it. Tunnelers, Mondays at 8 on History HD. Tunnelers, Mondays at 8 on History HD. findetious.guile.ers reptiles, Mondays at 8 on History HD. It's great. Whoa! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020